Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Pro Review. Was gab's diesmal? Via the Sight of the Law. Ich weiß nicht, ob der Titel auf Deutsch auch genauso ist. Ich meine ja. Dann ist ja gut. Ich hab ihn nämlich auf Englisch gesehen. Ja, das ist ein Horrorfilm, der in Indien spielt, aber es geht um eine amerikanische Familie, die in Indien wohnt. Die Frau ist mit den Kindern im Auto gefahren, irgendwie in den Fluss gefallen. Und dabei ist ihr Sohn ertrunken, die Tochter hat sie aber retten können. Und mit dieser Sache kommt sie irgendwie nicht klar und und und. Und da kommt dann irgendwann ihrer indische Hausangestellte auf die Idee zu sagen, es gibt da eine Möglichkeit in meinem Dorf, da im Wald, da gibt es einen Tempel. Den Tempel des Todes? Nein. Da ist quasi der Übergang, dort ist die Linie zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten ganz dünn. Da gehst du in den Tempel rein, streust die Asche deines toten Kindes auf die Treppe des Tempels, gehst rein, machst die Tür zu und dann bleibst du die ganze Nacht drin, kannst durch die Tür mit dem reden, aber du machst auf gar keinen Fall die Tür auf. Ich habe so eine Idee, was passiert. Vollkommen richtig, natürlich wird die Tür aufgemacht. Und auch alle weiteren Tipps, wie man das Problem lösen kann, werden erst einmal ignoriert. Man muss sagen, der Stimmung dieses Horrorfilms ist dieses indische Setting echt zuträglich. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Das ist wirklich hilfreich, auch mit so merkwürdigen Fakirn und sowas, die dann so auftauchen und da irgendwelche Beschwörungen und Sachen und so. Das ist echt lustig gemacht. Er ist für einen Horrorfilm gar nicht schlecht gemacht. Ist es denn so ein Splatter-Horror oder so ein Erschreck-mich-Horror oder so ein ganz indifferenter? Es geht vor allen Dingen um diese psychische Sache mit dem Geist, der auftaucht, den du auch teilweise gar nicht siehst, aber seine Aktionen siehst. Es gibt auch diese Erschrecker-Effekte, die sind allerdings klischeehaft. Also wenn man damit Probleme hat, man weiß immer vorher, wann man die Augen zumachen muss, damit man den Schreck nicht hier sieht. Also das funktioniert schon ganz gut. Nee, er arbeitet halt auch mit dieser Geist-Geschichten-Sache so ganz nett. Und einfach dieses Umfeld schafft es immer mal wieder, so eine gespenstische Stimmung aufzubauen. Okay. Die IMDb-Bewertung war ja jetzt noch nicht so besonders toll. Ich glaube, mit 5, irgendwas. Ja, aber das kann, also ich weiß halt auch nicht, wer... Also das Problem ist, es ist ein Horrorfilm. Das macht ihn ja schon bei mir sowieso nicht besonders gut. Ja, vielleicht bei anderen auch. Er ist halt kein Thriller oder sowas nebenbei noch. Einige sind ja so Horror-Thriller-mäßig. Nein, das ist er nicht. Er ist auch kein Splatter groß. Laufzeit, ich glaube, eine Stunde 30, 33 irgendwie rum. Ja, also ich hatte auch den Eindruck, der dauert anderthalb Stunden. Ja, fühlt sich auch so an und passt schon. Keine Längen. Wenig Längen. Also man denkt dann so manchmal... Ansonsten schöne Indien-Aufnahmen halt. Wie ist Indien beim Bahnfahren? Wie ist der indische Straßenverkehr? Viele Tata-Fahrzeuge. Das erwarte ich von einem Horrorfilm. Schöne Landschaftsaufnahmen. Ja, natürlich. Ja, der Film läuft jetzt erst Anfang Juni an. Lohnt es sich bis dahin zu warten oder... Bleibt da was anderes übrig, wenn man nicht auf böse Raubkopien zurückgreifen möchte? Ich dachte, vielleicht Auslandsreisen oder man wartet einfach noch länger, bis er dann auf DVD raus ist. Weiß nicht, also ich bin jetzt kein großer Horror-Fan, weswegen ich sage nur, das lohnt ja sowieso nie in Horrorfilme zu gehen, damit das Genre einfach abeppt. Ja. Aber für sein Genre ist er jetzt nicht das Schlimmste, was es gibt. Also ich habe gesehen, The Boy läuft jetzt, den fand ich jetzt auch nicht so doll. Den hatten wir ja schon mal besprochen. Okay, ja. Na dann, schauen wir uns lieber Frankenstein an, es tut ja sonst keiner. Genau. Und damit bis zum nächsten Mal.